Auf Basis unserer bewährten Aluminiumwalze Economic Roll bieten wir mit der Eco Stretch Roll eine völlig neue Art der Breitstreckwalze. Im Vergleich zu den bestehenden Arten bietet diese Walze viele technische Vorteile. Durch speziell konstruierte Gummispreizringe wandert die Bahnware, zum Beispiel Folien, Textilien oder Papier, automatisch vom Walzenmittelpunkt zum Walzenende. Hunderte unabhängig voneinander arbeitende Gummielemente verrichten diesen Spreizvorgang, sobald sie in Kontakt mit der Bahnware kommen. Die Eco Stretch Roll von Drexhage